Willkommen bei der Coldwater Challenge von Saberfeld. Erstmal bedanken wollen wir uns bei der Feuerwehr Kürnbach für die Nominierung. Wir nominieren die Feuerwehr Pfaffenhofen, Kleiner Gartig, Unhefner Haslich und Abfahrt! Die Feuerwehr Kürnbach für die Nominierung von Saberfeld und Abfahrt von Saberfeld und Abfahrt von Saberfeld und Abfahrt von Saberfeld. G Denise Römer Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017